Hallo und herzlich willkommen bei Bewusstsein TV. Heute begeben wir uns auf eine faszinierende Reise in die Welt der Quantenphysik. Wir beschäftigen uns heute mit den wichtigsten Bereichen der Quantenmechanik, der Quantenfeldtheorie, der Quanteninformationstheorie, der Quantenoptik, der Quantenchemie und der Quantenbiologie. Bleiben Sie dran, gleich nach dem Intro geht's weiter. Viel Spaß beim Video. Die Quantenmechanik Beginnen wir mit der Quantenmechanik. Dies ist die Theorie, die das Verhalten von Teilchen auf der mikroskopischen Ebene beschreibt. Stellen Sie sich vor, Sie könnten in die Welt der kleinsten Teilchen eintauchen, Atome und sogar kleine Teilchen wie Elektronen und Quarks. In dieser Welt gelten die Gesetze der klassischen Physik nicht mehr. Stattdessen begegnen wir Konzepten wie der Welle-Teilchen-Dualität, die besagt, dass Teilchen sich wohl wie Teilchen als auch wie Wellen verhalten können und dem Unbestimmtheitsprinzip, das besagt, dass wir nicht gleichzeitig den genauen Ort und den genauen Impuls eines Teilchens kennen können. Die Quantenfeldtheorie Als nächstes kommen wir zur Quantenfeldtheorie. Dies ist eine Erweiterung der Quantenmechanik, die auch das Verhalten von Feldern wie dem elektromagnetischen Feld beschreibt. Stellen Sie sich vor, Sie könnten sehen, wie Lichtwellen durch den Raum fliegen oder wie Magnetfelder um einen Magneten herumwirbeln. Die Quantenfeldtheorie ermöglicht es uns, diese Phänomene auf einer tiefen, grundlegenden Ebene zu verstehen. Die Quanteninformationstheorie Weiter geht es mit der Quanteninformationstheorie. Dieser Bereich beschäftigt sich mit der Frage, wie Informationen in quantenmechanischen Systemen gespeichert und verarbeitet werden kann. Dies ist die Grundlage für aufregende neue Technologien wie Quantencomputer und Quantencryptographie. Stellen Sie sich vor, Sie könnten einen Computer bauen, der Berechnungen durchführt, indem er die Gesetze der Quantenmechanik nutzt. Das ist das Versprechen der Quanteninformationstheorie. Die Quantenoptik Als nächstes betrachten wir die Quantenoptik. Hier geht es um das Verhalten von Licht und anderen elektromagnetischen Wellen auf der Quantenebene. Die Quantenoptik ermöglicht es uns, Phänomene wie die Interferenz von Lichtwellen oder die Wechselwirkung von Licht mit Atomen zu verstehen. Die Quantenchemie Die Quantenchemie verwendet die Quantenmechanik, um das Verhalten von Atomen und Molekülen zu beschreiben. Dies ist für die Chemie und Materialwissenschaften von großer Bedeutung. Stellen Sie sich vor, Sie könnten sehen, wie Atome sich zu Molekülen verbinden und wie chemische Reaktionen auf der Ebene einzelner Atome ablaufen. Das ist das Gebiet der Quantenchemie. Die Quantenbiologie Schließlich kommen wir zur Quantenbiologie. Einige Wissenschaftler untersuchen, ob Quanteneffekte eine Rolle im biologischen Systemen spielen könnten. Zum Beispiel bei der Photosynthese oder der Vogelnavigation. Stellen Sie sich vor, Sie könnten sehen, wie Pflanzen Sonnenlicht in chemische Energie umwandeln oder wie Vögel das Magnetfeld der Erde zur Navigation nutzen. Das ist das aufregende neue Feld der Quantenbiologie. Ich möchte noch einmal kurz zur Quantenphysik zurückkommen. Die Quantenphysik hat eine bedeutende Rolle in unserem täglichen Leben und beeinflusst es immer stärker. Sie stellt die bedeutendsten wissenschaftliche Theorien für unser heutiges Leben dar und ihr Einfluss wird weiter steigen. Einige der täglichen Technologien, die auf der Quantenphysik basieren, sind zum Beispiel 1. der Laser Laser sind in vielen Bereichen unseres Lebens präsent, von Barcode-Scannern, im Supermarkt bis hin zu Lasern in medizinischen Geräten. 2. Elektronenmikroskopie Elektronenmikroskopie, die auf den Prinzipien der Quantenphysik basieren, ermöglichen es, Wissenschaftlern extrem kleine Strukturen zu sehen, die mit herkömmlichen Lichtmikroskopen nicht sichtbar wären. 3. Supraleitung Supraleiter, die bei extrem niedrigen Temperaturen keinen elektrischen Widerstand aufweisen, haben Anwendungen in den Bereichen wie der Magnetresonanztomographie, also dem MRT, und der Stromübertragung. 4. Halbleitertechnologie Die Quantenphysik ist die Grundlage für die Halbleitertechnologie, die in fast allen modernen elektronischen Geräten einschließlich Computern und Smartphones verwendet wird. Darüber hinaus gibt es Hinweise darauf, dass Quanteneffekte sogar in biologischen Systemen eine Rolle spielen könnten, zum Beispiel bei der Photosynthese oder der Vogelnavigation, was ich schon zuvor berichtet habe. Es ist faszinierend zu sehen, wie die Quantenphysik, obwohl sie auf den ersten Blick sehr abstrakt und weit entfernt von unserer täglichen Erfahrung zu sein scheint, tatsächlich eine zentrale Rolle in der Welt um uns herum spielt. Ein kurzer Überblick über einige der wichtigsten Bereiche der Quantenphysik. Wie Sie sehen, ist dies ein aufregendes Feld mit vielen offenen Fragen und großem Potenzial für zukünftige Technologien und Anwendungen. Wir hoffen, dass Sie diese Reise genauso spannend fanden wie wir. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ihr Bewusstsein-TV-Team